Ich bin Hanna und ich zeichne und ich male. Ich male schon seit ich einen Stift und einen Pinsel in die Hand bekommen habe. Landschaften, Porträts, also alles Mögliche. Ich male mit Acryl, ich male mit Ölfarben. Also ich zeichne mit Bleistiften, Buntstiften, auf allen möglichen Arten Papier. Ich habe auch schon alles Mögliche da ausprobiert. Ich zeichne gerne bunte Sachen, interessante Sachen, neue Sachen. Sachen, die fein sind, die man ausdauernd zeichnen muss, wo man ein bisschen üben muss, damit man es auch hinkriegt. Ganz besonders schwierig sind Nasen, die kann ich immer noch nicht gut zeichnen. Augen sind eigentlich ganz einfach, auch wenn man sich das schwer vorstellt. Das Zeichnen, das Malen ist nicht nur ein Hobby von mir, es ist quasi mein Leben. Ich zeichne jeden Tag und es macht mir jeden Tag Spaß und ich mache es auch immer gern. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.